Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Flatface aus dem Ghetto zu brutal Überzeugt sich doch selbst, abonnier mein Kanal Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Flatface aus dem Ghetto zu brutal Überzeugt sich doch selbst abonnier mein Kanal Willkommen meine Freunde hier auf Tony Totschläger TV Und ja ihr seht es Warum hat der Tony schon wieder ein Spiel in der dritten Liga gemacht Ich hab aufgenommen Aber ich hab an meinem Dings hier An meinem Interface vergessen Die Phantomspeisung einzumachen Das heißt das Mikrofon funktioniert Die ganze Zeit nicht während des Spiels Ähm Ja Es war ein 4-1 Sieg Aber äh Ich wollte das einfach nicht nachkommentieren Oder so es ist einfach nicht mein Style Ich kommentiere ja immer live Und nur damit ihr Bescheid wisst Ähm Ja Gegner ist letztendlich rausgegangen Ich bin so Abgefuckt Dass das passiert ist Alter Weil ich den auch übel zerstört hab Wär geil gewesen Wär ne fette Folge gewesen Enes Boss Richtiger Boss 97er Baujahr Und nochmal Hm Was ist das denn Ronaldo Messi Oh man Das kann ja was werden Bin ich ja mal gespannt Wär geil Wär geil wenn wir hier auch gewinnen würden Auf jeden Fall Ich werd alles dafür tun Nein Komm schon Und gleich nochmal Bam Da ist er drin 1 zu 0 Das ging aber schnell Meine Freunde Boah Den haben wir richtig zerstört Alter Geile Passkombination Aber das heißt noch gar nichts Weil Ihr wisst Bescheid Ronaldo und Messi sind Übertrieben overpowered Was für ein geiler Hackenpass Alter Wie geil war der denn abgelegt Jürgen Brutales Tor Sehr schön gemacht Ja Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ist er denn der Ronaldo Komm schon Nein 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 Oh nein Alter die sind so overpowered Ne Egal ob du da rein Dings Die Spieler haben sogar so Krassen Respekt vor denen Dass sie einfach kein Kopfball Duell Und sowas mit denen machen Das ist auf jeden Fall Ablacher Nein Boah ist der schnell Ja der ist drin Der ist drin Habe ich schon gesehen Krasse Maschine alter Heftiger Typ Das war auf jeden Fall crazy Schnelle Antwort hier Alter guckt euch mal an Was er vorne Für einen Sturm hat Wäre auch traurig Aber ich mach mal auf Konter Ich brauche hinten auf jeden Fall Leute Die da stehen bleiben Das geht sonst nicht klar Sehr schön ausgetrickst Und Oh Oh Da wird ich Oh Oh nein Nein Boah Schade Junge das geht ja voll ab hier Ja mach mal deine Skills Ey er läuft einfach weiter Obwohl ich ihn dem Ball Schon längst abgenommen hab Komm hol ihn dir doch Na geil Der Enes Boss alter Richtiger bosshafter Spieler Sehr schön Sehr schön Schön gemacht Und jetzt Oh 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 Nein Wie konnte er den denn holen Mann Alter Messi ist so schnell Ne Das ist nicht mehr normal Ja und Bale auch Spring hoch Alter Sehr schön Gut verteidigt Jungs Gut verteidigt Gut dass wir auf Konter gestellt haben Das hilft auf jeden Fall Gegen diese krassen Spieler Sehr schön Chevinio komm Oh Warum fängt er nicht an durchzuziehen Meine Güte alter Gegen den muss ich auf jeden Fall gut zeigen Was ich kann Alter Was hat denn er für riesige Verteidiger Scheiße man Sehr schön Mein Gott Und jetzt Spiel ihn mal hier Ah nein Oh Hab ich auch noch gefoult Kommt schon Kommt schon Jungs Wir wollen in die erste Liga Das geht nur mit Höchstleistung Oh Schade Sehr gut Nein 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 Lass ihn doch nicht durch Nein Oh Was macht er denn Ich dachte Erst elf Meter Alter Und dann Wo schießt der Typ hin Alter Der kommt ja gar nicht mehr klar Ey Ronay Du bist ultra krass Der ist so schwer Zu verteidigen Mann Aber ist auch gut so Ne Dass das so ist Wäre auch traurig Einer der krassesten Spieler So So schlecht wäre hier Nein Sauber Wir haben den Ball noch Nein Hat er wieder abgewehrt Alter der spielt gut Spielt auf jeden gut Ah der soll auch Zu spüren bekommen Dass wir gut spielen Nein Komm schon Sehr schön gemacht Komm schon Alter Was Kein Foul Nein 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 Sehr schön Aber warum sind die Verteidiger abgehaut Nehmen Sehe ich keinen Sinn Den drin Alter Tevez 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 Oh Voll der Schrank Alter Ey Es ist so schwer Durch seine Abwehr Zu kommen Na Ey Der ist so schnell Ne Ja Oh nein Mann Er kann nicht nur gut spielen Alter Er hat auch noch diese Krassen Spieler vorne drin Wenn ich die hätte Ne Würde ich natürlich auch Krass gegen ihn spielen Aber Respekt Alter Er spielt auf jeden Fall Nicht schlecht Ich hab da noch Mein Bein hingehalten Aber das hat nichts gebracht Bringt gar nichts Gegen Messi Komm schon Ey Keiner geht hin Mann Was ist denn los mit euch Fortuna sei Dank Sagen sie Ey Krass Alter Was Was Ich hab doch gar nichts gemacht Krasser Scheiß Das ist auf jeden Fall Hier ein Spiel Auf höchstem Niveau Nein Ich wollte hochspielen Warum Nein 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 Geh doch hin Alter Man hat keine Chance Man hat einfach keine Chance Krass Ah Wenn die Leute mit so welchen Spielern kommen Ist schon krass Ah Nur wenn sie mit denen spielen können auch Aber egal Ein Fußballspiel hat 90 Minuten Ich denke mal Es sieht nicht so gut aus Gerade für uns Aber Es ist noch alles möglich Schön gemacht Oh Ey Ey der steht so stabil da hinten drin Ne Hab ich Oh Selbst den hat er abgewehrt Mann Ey Das ist das Gute Das ist das Gute Er währt meine Angriffe unnormal Ab Ey Kann er Geht hin Nein Ey Alter Die Typen die rennen die rennen die rennen die rennen die ganze Zeit Ich Oh nein Krass Er hat auf jeden Fall schon einen Plan von FIFA Das merkt man Aber ich auch Nur es ist schwer Ohne Witz Oh man Was machen die denn Er macht auch enormen Druck auf uns Komm schon Kommt er eh wieder raus Der Enes Boss Richtiger Boss Kommt schon Oh man Alter Dachte ich reiß ich mal ein kleines Traumtörchen Oh man Kommt schon oben Oh Ey Er weiß immer ganz genau was ich machen will Nein Bitte nicht Boah Das war knapp auf jeden Fall Seine Spieler sind richtig am Zertrümmern vorne Ja Keine gute erste Halbzeit für uns Gucken was die zweite Halbzeit für uns bereitet Alter Was ist denn los mit ihm Mann Sehr schön gemacht Sehr schön gemacht Mach doch Sauber Da ist das 3 zu 2 Ich muss sagen es mal Ich muss es wieder ansprechen Es ist wieder verdammt gute Verbindung Ne Das ist schön Aber es ist schon sehr schwer Aber es ist schon sehr schwer Wenn ich gegen guten Spieler spiele Und der hat auch noch völlig übernatürlichen Spieler Also so übernatürlich sind die nicht Aber Hat schon krasse Spieler am Start Bale Ronaldo Und Messi Mach den Tevez da Alter der Gierige Richtiger Gieriger Sehr schön Kommt schon Oh Nein Er macht einfach nichts Sehr schön Schön gemacht meine Freunde Schön Oh Was machen die denn da wieder Und Dumbia lauft doch mal Alter Der startet immer einfach nicht Was ist denn mit ihm los Nein 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 So Auf jeden Fall Aufpassen Ja Nummer Er so Rabona Zeugs Rabona Fake Oder wie der heißt Running Drag Back Fake Kommt er mit seinen Skills Hat er brutal Alle Knöpfe Einfach mal gedrückt Komm schon Guardrado Guardrado Rennt einfach mal Über den ganzen Platz Oh Wird hier aber verfolgt Alter Oh Nein Den hatte ich doch fast noch Scheiße Alter Boah Sehr schön gestanden Sehr schön gemacht Oh Der wusste genau Wo ich lang will Boah Das ist ein spannendes Spiel Auf jeden Fall Woran man auch sieht Dass ich spielen kann Nicht dass jemand Gutes kommt Und man wird so zerstört Oder so Oh Schade Dann ist das auf jeden Fall Ein heißes Duell Komm schon Mann Komm schon Mach ihn Oh Fuck Da hatte ich so ein gutes Gefühl Auf 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 dem Fuß Nagel Alter Boah Boah Holt er ihn denn Sehr schöner Doppelpass hier mit Dumbia Und jetzt Dumbia Komm Oh man Oh Boah Boah Ich glaub's ja nicht Alter Komm schon Oh nein 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 Das war nicht gut Sehr schön Wir kriegen ihn auf jeden Fall immer mehr in den Griff Und jetzt bring ihn doch mal rein Alter Oh Oh wohin denn Alter Wohin denn Dickerchen Wohin denn Nein Ah darauf hat er nur gewartet Ah den haben wir gerade nochmal abgefangen Sehr schön Nein Nochmal durch Sehr schön Da ist er drin Junge Da ist das 3 zu 3 Sehr schön gespielt Alter Das war ja unnormaler Brutaler Sehr geiler Spielzug Boah Ich muss auch gerade ohne Witz ne Ich muss so krass spielen Wie ich spielen kann Der Gegner ist verdammt krass Verstehe mich was so einer in der dritten Liga sucht Aber guck mal ich war auch schon meiner ersten ne Kann passieren ne Sehr schön Sehr schön Sehr schön Und komm schon Und jetzt mach ihn Oh Er hält ihn Das hätte die Führung sein können Wie als wäre Adolf wieder auferstanden Oh Nein Sehr schön Und Longshot Ach scheiße man Das ist nicht gut Sehr schön Dumbia Dumbia Komm Loch hinein Nein Nein Ach Schade Alter Ah Fuck Das wäre zu schön Um wahr zu sein Alter Nein 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 Ey Warum ist meine Abwehr weggelaufen Und warum kann der den Angeschnitten von da einfach so locker reinmachen Mann Voll der Ronaldo Bonus Alter Ey den hätte er doch haben können Mann Da hat man auf jeden Fall gerade seinen Spieler Bonus gemerkt Oh Schön gemacht Komm schon Ey Was war das denn Was war das Was war das Oh mein Gott Wo habe ich den hingeschossen Den hätte ich machen müssen Er sagt Oh Den muss er machen Alter Und ich mache ihn einfach nicht Ach Schade Alter Wir hatten die ganze Zeit so krass Oh nein Was mache ich da Wir hatten die ganze Zeit noch Die Führung auf dem Fuß Komm schon Dumbia Mach ihn Nein 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 Ey Das gibt es doch einfach nicht Alter Komm schon Nein Fuck Was ist der für Schüsse am Start hat der Ronaldo Das ist auf jeden Fall krass Oh Mann Komm schon Weg damit Oh nein 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 Krass Alter Wenn er jetzt noch gewinnt Das war ein krankes Spiel auf jeden Es war richtig extrem schnell Aber Komm schon Spiel doch mal weg Alter Nein Komm schon Jungs Komm schon Sehr schön Sehr schön Da Oh lauf doch hoch Guardrado Mann Ey Den hätte doch Guardrado noch kriegen können Ja schade Alter Wir haben leider verloren aber Das war ein verdammt krasses Spiel Auf jeden Fall Kann man nichts sagen Krasser Scheiß Ja Dann würde ich sagen Alter Lasst mal einen Daumen da Wenn ihr das Spiel krass fandet Weil ich hab Echt mein Bestes gegeben Aber Das war auf jeden Fall Nicht leicht gegen ihn Statistik auch sehr ausgeglichen Auf jeden Fall Man sieht es auch Und dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Video Meine Freunde Haut da rein Und dann würde ich To thanen Und dann würde ich Und dann würde ich Söder Und dann würde ich ... ... ... ... ... Vielen Dank.